Was wir im Sommer in der Notaufnahme auch gehäuft sehen, sind Insektenstiche und in diesem Zusammenhang, wenn Leute bekannte Allergien haben, auch allergische Reaktionen. Insbesondere ist daher vorzuheben eine Allergie auf Bienen- und Wespenstiche. Bei Insektenstichen insgesamt können Sie Maßnahmen auch schon zu Hause ergreifen. Als erstes sollten Sie überprüfen, ob der Stachel, mit dem gestochen worden ist, noch in der Haut steckt. Entweder Sie sehen es oder Sie fühlen noch einen scharfen, spitzen Gegenstand in der Haut. Den können Sie mittels kleiner Pinzette selbstständig entfernen. Falls das nicht funktioniert, können Sie sich gerne in der Notaufnahme vorstellen. Die nächste Maßnahme, die Sie ergreifen können, ist, dass Sie die Stelle kühlen, zum Beispiel mit einem feuchten Lappen oder mit einer feuchten Kompresse. Sollte es allerdings dazu kommen, dass Sie eine allergische Reaktion entwickeln, sollten Sie sich unbedingt der Notaufnahme vorstellen bzw. abhängig von der Schwere auch sofort den Rettungsdienst alarmieren. Eine allergische Reaktion erkennen Sie daran, dass Sie einen generalisierten Hautausschlag bekommen, generalisiertes Hautjucken, Luftnot bekommen, Kreislaufprobleme, Übelkeit erbrechen. In diesem Fall sollten Sie unbedingt sofort den Rettungsdienst alarmieren.